So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, ein neues Feature ist da in Pokémon Go. Ich möchte dazu, glaube ich, zwei Videos machen, nämlich einmal das reine Infovideo über dieses ganze Feature, das alles mal erwähnt wurde, mal vorgelesen wurde, mal gezeigt wurde, damit man ein bisschen sich in die Materie einliest. Kann ein bisschen überfordernd sein für manche, nämlich mich. Und dann ein reines Tutorial, wie man das nun also macht, dass man da rankommt. Und das sind zwei Sachen, weil sonst würde das zu lang werden. Wir haben erstmal ein richtig schönes Bild hier zu sehen mit Gierspenst, mit Monetigo, was halt dieses goldene, weiß ich nicht, ist. Sieht aus wie ein Mogelbaum. Dann habt ihr hier ein Goldmodul, ihr habt einen goldenen Staub, ihr habt eine Schatztruhe mit Münzen. Und den Headliner Pokémon Go kann jetzt mit Karmesin und Purpur verbunden werden. Fange Gierspenst in Wanderform und entwickle es zu Monetigo weiter. So. Wie funktioniert das Ganze jetzt hier? Oder was gibt es alles zu beachten? Wenn du Postkarten von Pokémon Go an Karmesin oder Purpur schickst, kannst du in Pokémon Go Gierspenst in Wanderform begegnen und Gierspenstmünzen sammeln. Das Verschicken von Postkarten wirkt sich auch auf dein Paldea-Abenteuer aus. In Karmesin und Purpur ändern sich die Muster der Vivillon, die in der Paldea-Region leben, basierend auf dem Ort auf der Postkarte. Habt ihr zufälligerweise Karmesin, habt ihr zufälligerweise Purpur eins von den Spielen? Habt ihr überhaupt die Möglichkeit, Postkarten dahin zu schicken? Das ist erstmal die erste Frage. Man könnte denken, das ist wie mit Meltan damals vielleicht, dass man ja auch einen Nintendo Switch gebraucht hat, dass man das verbinden musste. Man dann diese Wunderbox bekommen hat in Pokémon Go. Und immer wenn man ein Pokémon übertragen hat, konnte man die aktivieren, konnte Meltan farmen und Leute haben sich gefreut. Leute sind rum mit ihrer Switch, haben Meltan-Boxen verteilt, bevor es dann später über Pokémon Home für alle verfügbar war, auch wenn man gar keine Switch hat. Ich denke mal, das wird jetzt ja auch so sein, weil viele beschweren sich jetzt schon, dass sie also keinen Nintendo Switch haben oder dass sie einen haben, aber nicht diese Spiele haben und dass sie da gar nicht rankommen. Vielleicht kann man es auch tauschen, wie Meltan. Meltan kann man ja auch tauschen. Wer kein Meltan hat, hat sich eins getauscht. Zu Meltan gab es aber auch eine Spezialforschung, wo man es einmalig bekommen hat. Trotzdem konnte man immer die Wunderboxen, die Wundertruhen aufmachen mit Meltan und konnte die farmen, konnte die tauschen und konnte sie über Pokémon Home, über diese App, die muss ja auch irgendwo einen Sinn haben, vermehrt bekommen. Das klingt auf jeden Fall erstmal ein bisschen so ähnlich. Aktiviere die Münztasche, denn das, was hier die Münztasche ist, ist wohl dasselbe wie die Wunderbox, die Meltan-Box. Aktiviere die Münztasche, um Gierspenst in Wanderform zu fangen. Wenn du eine Postkarte an Karmesin oder Purpur verschickst, kannst du die Münztasche in Pokémon Go verwenden. Wie beim anderen, ihr habt ein Pokémon transferiert und konntet dadurch die Wunderbox aktivieren. Hier versendet ihr eine Postkarte, um euer Paldea-Abenteuer zu beeinflussen mit Vivian-Mustern und könnt dafür die Münztasche aktivieren. Wenn du die Münztasche einsetzt, erscheinen Gierspenst in Wanderform für eine bestimmte Zeit in deiner Nähe. Dieses kleine, hässliche Vieh, was ihr dann also fangen könnt. Es scheint, dass Gierspenst das Schatztruhen-ähnliche Aussehen der Tasche und das Geräuschklimmer der Münzen darin lieben und davon angelockt werden. Professor Willow ist aufgefallen, dass Gierspenst in Wanderform eher zu Schatztruhen zurückkehrt, als Münzen zu sammeln. Also hat er die Münztasche entwickelt und sie dir anvertraut. Du kannst sie einmal pro Tag aktivieren, eben auch wie eine Meltan-Box, indem du eine Postkarte verschickst. Wir hoffen, du genießt diese Verbindung mit Karmesin und Purpur jeden Tag. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal eine Wunderbox, also eine Meltan-Box aufgemacht habe. Das ist eigentlich kostenlose Pokémon und Fänge und Erfahrungspunkte, die man mitnehmen kann, wenn man jeden Tag seine Wunderbox öffnet. Aber habe ich bestimmt schon seit drei Jahren nicht mehr gemacht. Jetzt nochmal alles zusammengefasst, schon wieder, du kannst Postkarten verschicken, indem du dich also mit Pokémon Go zu Karmesin und Purpur verbindest. Du kannst eine Postkarte nur einmal pro Tag verschicken. Deine Fähigkeit, deine Postkarte zu versenden, wird um Mitternacht zurückgesetzt. Wir verlieren die Fähigkeit, Postkarten zu verschicken. Aber ja, einmal pro Tag kannst du eine Postkarte verschicken. Eine? Eine? So verschicken? Dann? Eine? Muss man sich genau angucken. Du kannst eine Postkarte nur einmal pro Tag verschicken. Wenn du das erste Mal eine Postkarte verschickst, erhältst du die Münztasche und kannst sie aktivieren. Sobald du eine Postkarte verschickt hast, kannst du die Münztasche wieder aktivieren. Die Postkarten, die du verschickst, bleiben in deinem Postkartenbuch, aber jede Postkarte kann nur einmal verschickt werden. Sammeln 999 Gierspenstmünzen, um Gierspenst in Wanderform zu Monitigo zu entwickeln. Gib Gierspenst 999 Münzen, um es zu entwickeln. Du erhältst Gierspenstmünzen, wenn du es in der Wanderform fängst oder mit ihm als Kumpel auf ein Abenteuer gehst. Du kannst sie auch von goldenen Pokestops erhalten. Also die Münzen. Dann? Setz ein Gold-Log-Modul ein, um Münzen zu sammeln. Gold-Log-Module erhältst du, indem du mehrere Postkarten an Karmesin oder Popur verschickst. Das heißt, ich schicke eine Postkarte und bekomme diese Tasche. Am nächsten Tag schicke ich eine Postkarte und kann die Tasche wieder aktivieren, dass die erscheinen. Wenn ich mehrere Karten aber schicke, verschiedene, kriege ich ein Gold-Modul. Dieses kann ich ansetzen an einen Stop, um nochmal Münzen und das zu generieren, dass das schneller geht. Weil du brauchst ja die Münzen und du brauchst auch das Vieh. Du brauchst das Vieh, mehrere Vieh, ja, dass du vielleicht einen Hunderter kriegst. Ja, dann brauchst du aber auch die Münzen gleichzeitig. Also, dass Vieh spawnen aus der Münztasche heraus, die Coins durchs Laufen oder durchs Drehen der Gold-Stops oder eben auch aus einem Log-Modul heraus. Irgendwas. Es blickt doch, wer hat da schon wieder hier den Durchblick behalten? Ihr. Gold-Log-Module verwandeln Pogestops in goldene Pogestops. Du kannst sie ausprobieren, um Gearspenst-Münzen zu sammeln. Außerdem scheint es, dass du an goldenen Stops mehr Items erhalten kannst als an normalen. Und mit viel Glück können Trainer sogar Gearspenst in Wanderform begegnen. Also, an den goldenen Stops könnt ihr auch Gearspenst begegnen. Nicht nur aus eurer Tasche, auch an den goldenen Stops. Und mit dem Modul kriegt ihr auch Münzen. Erkunde die Welt um dich herum, um Münzen zu sammeln und Gearspenst zu entwickeln. Wenn du schon ein Gold-Log-Modul hast, erhältst du stattdessen Gearspenst-Münzen. Dann kriegt ihr also nicht noch ein Modul. Naja, können wahrscheinlich nur eins haben, was ihr dann verbrauchen müsst. Und wenn ihr es noch nicht verbraucht habt, kriegt ihr halt direkt Münzen anstatt einfach ein Modul. Für kurze Zeit können Pogestops auch ohne ein Gold-Log-Modul zu goldenen Pogestops werden. Anlässlich der Verlinkung zu Karmesin-Propur können die Stops innerhalb der nächsten 24 Stunden spontan zu goldenen werden. Wenn ihr mal die App angemacht habt gerade, werdet ihr sehen, dass wieder Gold-Stops da sind. Es ist jetzt hier 18.59 Uhr, also 19 Uhr. Das hat vorhin angefangen. Müsste also bis morgen Nachmittag mindestens gehen. Gearspenst in der Wanderform erscheint jedoch nur bei goldenen Pogestops. Wenn ein Gold-Log-Modul eingesetzt wird, Trainer auf Schatzsuche können aber dennoch Gearspenst-Münzen finden, wenn sie diese Pogestops drehen. Also dreh die goldenen Stops, die gerade da sind. Dann kriegt ihr Münzen. Ihr kriegt aber keine Gearspenst. Die kriegt ihr nur, wenn da auch ein Gold-Log-Modul da ist. Und ansonsten aktiviert eure Tasche. Und dann könnt ihr über die Tasche Gearspenst sammeln. Ansonsten könnt ihr an den goldenen Stops nur Münzen kriegen. Aber ihr braucht ja Gearspenst erstmal, aber das kriegt ihr eben aus dieser Box. Und diese Box kriegt ihr, also diese Tasche, wenn ihr eine Verbindung herstellt. Also, aber gefühlt könnte einer so ein Modul setzen und alle können an dem Modul Münzen sammeln. Bei zukünftigen Events können Pogestops eventuell wieder spontan zu goldenen Pogestops werden. Es gibt auch noch neue Avatar-Artikel und Sticker. So könnt ihr euch kleiden wie ein Gearspenst, wer das unbedingt braucht. Ja, die Sticker im Gearspenst-Wanderform in Pogestops und Geschenken sowie im In-Game-Shop erhältlich braucht, glaube ich, eigentlich keiner. Aktion zur Feier einer neuen Funktion. Wir werden verschiedene Aktionen veranstalten, um die Möglichkeit zu feiern, Pokémon Go mit Karmesin und Popur zu verbinden. Eine Box mit neun Gearspenst-Münzen wird für eine begrenzte Zeit im In-Game-Shop für alle Trainer kostenlos erhältlich sein. Also, wenn ihr noch gar keine Münzen habt, guckt unbedingt mal in den Shop. Das ist eigentlich das allererste, was man macht, wenn man das Video gerade guckt oder irgendwas hört. Geht in den Shop und holt euch diese Goldbox mit neun Gearspenst-Münzen erstmal. Es ist kostenlos, egal ob ihr das Ding irgendwann mal holt oder braucht oder wie auch immer. Holt euch aber diese kostenlosen Münzen erstmal ab. Ansonsten ist das so komplex und kompliziert, dass ich jetzt mich ein bisschen versuche reinzufuchsen und dann vielleicht noch ein Video machen kann, wie man die Verbindung herstellt und das bekommt und dann nutzen kann wie eine Meltan-Box. Aber schreibt ihr erstmal rein, habt ihr Bock? Habt ihr das alles verstanden? Ich finde das kompliziert. Freut ihr euch auf Gearspenst und auf Monetigo? Ist das gut? Ist das nützlich? Man weiß es nicht genau. Peace auf Vorhaut, euer Ramses.